So, moin moin, die Gerüchte überschlagen sich einer mit der größten Twitch-Streamer, nämlich DrDisRespect wurde permanent auf Twitch gebannt und man weiß jetzt nicht genau, warum das so ist, es gibt sehr, sehr viele Mutmaßungen hierzu und wir fassen einmal die Ereignisse zusammen. So, was haben wir an Fakten? Erstmal, DrDisRespect hat selber davon auf Twitter gesprochen bzw. geschrieben, dass er von Twitch selber nicht informiert worden sei. Der Twitter-Account-Streamer-Banz hat als erstes davon gesprochen, dass eben DisRespect gebannt wurde und Slasher hat dann ebenso auf Twitter geschrieben, dass DrDisRespect eben permanent gesperrt wurde. So, und dazu kommt noch, dass Twitch selber nun E-Mails herausgeschickt hat, dass eben die Subs von DrDisRespect zurückerstattet werden. Und was auch ziemlich seltsam ist, nicht nur Twitch hat seine Zusammenarbeit mit DrDisRespect beendet, sondern ebenso auch Discord und ebenso auch weitere Partner sollen die Zusammenarbeit mit eben DrDisRespect beendet haben. Und DrDisRespect meldet sich dann selber auf Twitter und schreibt davon, dass er eben den Grund selber auch nicht kennt, warum eben diese Zusammenarbeit beendet wurde. So, das waren jetzt die einigermaßen harten Fakten. Was wir nun haben, ist einiges an Gerüchten, was nun aufgeflammt ist. Also so ist zum Beispiel ein Twitter-Account da vorhanden, der sich Prime nennt. Hierbei soll es sich um einen neuen Streaming-Service handeln. Und hier gibt es zum Beispiel das Gerücht, dass eben unter anderem auch DrDisRespect dort anfangen würde. Und aber hier muss man ganz klar sagen, dass das von keiner Sichtweise, von keiner Seite in irgendeiner Art und Weise bestätigt ist, dass das reine Gerüchte sind und dass das womöglich auch einfach nur eine PR-Aktion eben von dieser Seite sein kann. Also man kann dazu wirklich nichts sagen. Ich habe selber versucht, hier ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ich habe mit Streamern gesprochen. Ich habe nichts herausgehört. Also höchstwahrscheinlich wissen die Leute oder die Leute, die das wissen, was los ist. Die sagen womöglich nichts. Und die, die es nicht wissen, so die hört man jetzt wohl am lautesten. Das ist zumindest die Wahrnehmung, die ich jetzt gerade zu diesem ganzen Thema habe. Wir wissen einfach nicht, was los ist. Eine DMCA oder eine TOS-Verletzung ist jetzt auch nicht wirklich bekannt. Also sprich, DMCA sind die Musikrechte und TOS, das sind die Nutzungsbedingungen von Chip and Rich. Also da hat auch noch nichts die Runde gemacht. Also hierzu kann man auch wenig bis gar nichts sagen. Es ist schwierig. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ich habe jetzt gehofft, dass sich jetzt innerhalb der letzten Stunde vielleicht ein bisschen was ergibt. Dem war leider nicht so. Die Streamer wissen auch nichts, zumindest nicht die, mit denen ich mich unterhalten habe. Es ist relativ schwierig und insoweit, wenn es jetzt was Neues gibt, werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime! Wir sehen uns beim nächsten Mal.